Der Anschlag auf Michael Stürzenberger, der vor kurzer Zeit stattgefunden hat, hat viel schockiert. Ein Polizist wurde da ja sogar ermordet. Der ist gestorben, getötet von einem radikal-islamischen Attentäter. Sarah Wagenknecht hat sich jetzt im Deutschen Bundestag in einer Rede zu diesem Anschlag geäußert und die Bundesregierung scharf kritisiert. Wir schauen uns das jetzt zusammen an. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Mord an dem mutigen Polizisten in Mannheim durch einen Islamisten erschüttert unser Land. Die furchtbare Tat zeigt einmal mehr. Ein Asylsystem, das jeden aufnimmt, der das Wort Asyl aussprechen kann und kein Instrument hat, um diejenigen wieder loszuwerden, die unser System ausnutzen oder sogar zu einer Gefahr für die Allgemeinheit werden. Ein solches Asylsystem funktioniert nicht und kann nicht funktionieren. Andere Länder zeigen, wie man die unkontrollierte Migration stoppen kann. Nur bei uns steigen weiterhin die Zahlen. Das darf nicht so weitergehen, auch im Interesse der vielen gut integrierten Zuwanderer, die ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft geworden sind. Aber nicht nur hohe Migration und zunehmende Gewaltkriminalität machen vielen Menschen Angst. Auch die Überschwemmungen lassen Betroffene verzweifelt zurück. Zumal sie seit dem Ahrtal wissen, dass Politiker sich zwar gern vor Wahlen in Gummistiefeln ablichten lassen, die versprochenen Hilfen dann aber oft auch nach zwei Jahren noch nicht da sind. Und mindestens so wichtig wie Hilfe wäre Prävention. Durch mehr E-Autos und Wärmepumpen hätten sich die Katastrophen nicht vermeiden lassen. Durch mehr Dämme und Schutzmaßnahmen allerdings sehr wohl. Doch genau da wurde gespart und gekürzt. Das größte Sicherheitsrisiko für unser Land aber ist die wachsende Gefahr, dass der aus dem Ukraine-Krieg ein großer europäischer Krieg wird. Ihre jüngste Kehrtwende, Herr Scholz, in der Ukraine-Politik, der Ukraine zu erlauben, auch mit deutschen Waffen Ziele in Russland anzugreifen, bringt Deutschland in akute Gefahr. Und das wissen Sie auch, weil Sie haben doch selber monatelang genau davor gewarnt. Sie lassen sich als Friedenskanzler plakatieren und machen Deutschland mehr und mehr zur Kriegspartei. Sie spielen Warbon mit dem Leben der Menschen in Deutschland. Kehren Sie um. Nach über zwei Jahren Krieg muss es endlich Friedensverhandlungen geben. Und deswegen müssen alle Signale aufgenommen werden in diese Richtung. Und es muss alles getan werden, dass die Waffen schweigen und nicht jeden Tag hunderte, tausende Menschen in diesem furchtbaren Krieg weiter sterben. Vielen Dank. Ja, gute Rede. Absolut gute Rede. Wie gesagt, am Anfang hat sie den radikalen Islam, das Attentat, kritisiert. Jetzt, also in zwei Minuten so viele Themen anzusprechen, das ist eine Herausforderung. Aber es ist wichtig, dass sie das Thema des Atomkriegs, beziehungsweise der Gefahr eines Atomkriegs, zum Ende nochmal mit reingebracht hat. Es ist absolut katastrophal, dass Deutschland sich nicht für Friedensverhandlungen einsetzt. Russland fordert lediglich Neutralität, Entmilitarisierung, Denazifizierung und die Anerkennung der territorialen Realitäten. Und dann wäre Frieden. Also wenn der Westen bereit wäre, eine neutrale Ukraine zu akzeptieren, dann hätten wir Frieden. Der Westen ist dazu nicht bereit. Deswegen gibt es diesen Krieg. Und man könnte diesen Krieg jederzeit beenden, wenn man das im Westen wollte. Aber der Westen will das aktuell nicht. Und das müssen wir immer wieder aussprechen. Und ja, vergesst nicht, den Altparteien für diese katastrophale kriegstreiberische Politik, für die verfehlte Migrationspolitik, am 9. Juni bei den Europawahlen einen Denkzettel zu verpassen. Vielen Dank.